Da ist ein weißer Strahl, der ist hier rechts in der Ecke. Ist er am Fluss direkt oder wo? Ne, ne, auf der gegenüber linken Seite. Also nicht da, wo der Strahl ist. Blick mal Richtung dem Strahl, aber anderes Ufer. Und noch ein Stückchen weiter, dann siehst du mich hier hauern. Also ich hab hier den Strahl. Einen weißen Strahl. Oder es sind hier gerade direkt zwei weiße Strahle nebeneinander runtergekommen. Strahle, fängst du auch noch damit an? Strahle. 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 Strahle, Strahle. Strahle. So, Deadman, komm, Koordinaten. Koordinaten. Wo unten? Ach, nicht Deadman. Das ist nicht schwer, das ist nicht schwer. Jetzt fliegst du zum Fluss und jetzt rechts rum. 38, 68, Lusti. Dann kommst du hinterher und da ist er dann auch. Da unten, ja, ja, ich seh's, ich seh's. Kumo, kriegst du das mit dem Dimitro Dorn dahin, ne? Ja, 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 sicher. Der ist hier fertig. Direkt der Timo, der direkt der Dimitro Dorn. Unter uns, oder unter mir, Moment. Habt ihr denn da auch noch ein Männchen dabei? Wow, warte mal kurz. Darf ich mal schauen? Weil Männchen, Männchen wäre wichtiger für uns. Hier wäre noch ein Biber. Weiblicher. Äh, ach, Koruzorot, kannst du. So. Okay, ich zieh den mal ein bisschen hierher, ja? Soll erstmal rüberkommen. Ja, versuch mal, dass der an Land. Ich kann auch auf ihn schießen, also. Nee, lass mal kurz, alles gut. Ja, komm, ich leg den mit. Lass mal, warte mal kurz. Ja. Okay, jetzt kannst du, jetzt kannst du auch Gas geben. Und, bent doch schon? Noch nicht? Hier sind ganz viele Biber. Jetzt, jetzt. Okay. Okay. Ich komme mal mit, äh, mit ein wenig, äh. Nee, hier drüben ist nur ein Weibchen. Der eine, der hier drüben liegt. Also, wo seid ihr jetzt da? 38, 68. Hier kommt gerade ein, ja, das ist immer noch der weiße Strahle. Meine ich. So, ein bisschen Narcotics haben wir jetzt gedrückt. Da unten sehe ich was. Ja, bist richtig, bist richtig, Komo. So, und das waren hier die... Das war, nee, Ketzal brauchte der, ne? Ja, Ketzal-Ecks. Irgendwann Cirelia wollte ein Ketzal-Eck, ja. Nein, die Demetrodons. Die Demetrodonsen sind es. Da hinten ist ja auch noch einer. Was ist denn das da hinten für einer? Lagerregal, welcome back. Ein Weibchen, 13er, Weibchen. Okay. Brauchen wir nicht. Nee. Aber 76er schon eine Hammer. Ja, 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 deswegen, ja. Nur deswegen. Wild male, male haben wir schon. Genau. Frosch brauchen wir ein Weibchen. Ein Weibchen, ja. Frosch brauchen wir ein Weibchen, ja. Ein weiblichen Frosch. Froschen. Ein Frosch. Ah, Froschen. Froschen. Ja, de Babel. De Babel. Ah, ge Babel. Aber Kadabel. Ich wünsche mir de Babel. Aber Kadabel. Ich wünsche mir de Babel. Genau. Ja, wir spielen gemoddet. Einmal unsere Modlitanei. Frosch braucht man ein Männchen. Nee, ein Weibchen. Ein Weibchen. Ein weiblichen Frosch. Wir schauen nochmal nach. Hast du gerade den, hast du gerade hier den Biber mit Pfeilen beschossen? Ich? Der sieht jetzt aus wie ein Igel. Ohne Scheiß. Nee, ich glaube, das war in Cereli, ja. Armes Beibchen. Als ob ich noch mit Pfeilen schießen würde. Wahnsinn. Ich habe hier einen super geilen Argos-Level 16. Ja, hört sich doch gut an. Ich kann den aber nicht legen, da ich keine... Wo hast du den denn? Wo bist du? Äh, ein Stück weiter fliegen. In welche Richtung ein Stück weiter? Da, da, wie du gerade geflogen bist. King of Kitten, ja. Da siehst du die ganzen Mods. Ich gebe dir die Koordinaten. Da siehst du die ganzen Mods, die auf unserem Server sind. Meinst du den hier, der an Land springt? Hast du den jetzt kaputt gemacht? Okay, würde ich für Biber haben. Den meinte ich. Was, wollen wir den legen, oder was? Ja, das ist ein Weibchen. Nee, ein Mehl ist das hier. Also hier vorne zu mir ließen. Die sind schon ein Stück weiter, Dusty. Hallo? Achso, du bist das da hinten. Nee, das ist MC Rea. MC Rea ist da hinten. Ihr seid schon ein Stück hier. Ich habe aber nichts zum Thamen dabei. Okay, Momento. Ich habe auch nichts zum Thamen dabei. Such mal beim Wüstenberg nach dem Känguru. Okay. Da sollen wir mal gucken. Aber Blah, du hattest gerade was von einem... Jetzt machst du mir Angst hier. Ja, hier, hier, mein Bester. Komm, komm, in Zirilia. Ja, kannst du dir was tun? Pflanzen wachsen bei allen Temperaturen. Also Blah, du hattest gerade aber was von einem... Von einem Vulkan hat er sich vertan. Hat er sich vertan, okay. Also gibt es hier noch keinen Vulkan. Auf Valala, wie es aussieht. Richtig? Also wir haben hier den Frosch, aber keiner kann ihn sprittern. Ich... Ich hole mal... Ich hole mal was. Ich habe bloß die Stelle jetzt markiert. Dass ich es auch schneller wieder finde. Hast du hier Pipi gemacht? Ja, das leuchtet gelb. Aber es ist kein Pipi, sondern eine Standfacke. Achso, achso. Ich habe schon gedacht, mit dir stimmt was nicht. Bist du ein wenig inkontinent. Der komische Geruch, der ist nicht von mir. So. Packe ich dir einen Ketzal? Bitte? Ich muss mal am Frosch schicken. Ich habe das Kittel in den Ketzal gepackt. Äh, Narkotiks noch dazu? Äh, müsstest du dir rausholen? Aus Losties? Hallo, Indo. Hi, Indo. Hey, who? Indo, moin moin. Genau. So, dann brauchen wir noch zwei Sarkos. Und Blah, guten Abend. Nennt den zweiten nur Akrobatenkampf. Klar, war schon da. Ne, also den, den zweiten. Mini. Den zweiten nennen wir jetzt definitiv Mini Spino. Ne, Little Spino. Little Spino. Little Spino. Oh, der Trike hat wieder eine geile blaue Bemalung hier. Das ist ja richtig cool. Uns geht's gut. Oh, hier ist ein Raptor. Vielen Dank, ja. Uns geht's gut. Hoffe, dir geht's auch gut. Ein Raptor auf der Flucht. Halt, hier hast du den Raptor gesehen? Der ist, der ist an dir vorbeigerannt. Nee. Wie, nee? Der ist, der ist an dir und dem Frosch vorbeigerannt. Nein, hier ist nichts vorbeigerannt. Ja, gut, dann... Vielleicht hab ich auch ein träges Auge, aber ich hab nichts gesehen, nichts gehört. Ne, ich, ich mein ja nicht lustig. Ich mein schon dich. Oh, ich seh hier nichts. Links von dir hast, rechts ist nichts. So. Okay, also. Der Belze ist gleich getamed. Für einmal mehr. Ich glaube, dass... Da bringt er dann mit hier rüber. Hey, hier ist doch ein 24er, Weibchen. Ja, jetzt ist zu spät. Jetzt haben wir einen. Wir brauchen nicht so viele Frösche. Wenn wir da ein Pärchen haben, reicht das. Ey, das ist ja nicht mehr normal, was die Dinger hier an Narkotiks verdrücken. Das ist richtig übel, was die sich wegziehen. Wie lange streamen wir schon? Meinst du heute oder schon insgesamt? Also insgesamt sind wir jetzt seit sieben Wochen. Ja, sechs Wochen. Sechseinhalb Wochen dran. Und heute sind wir seit 8 Uhr. Also seit 20 Uhr dran. Nicht seit 8 Uhr. Das ist ja ein bisschen heftig. So, ich pack den mal rüber. Seit 20 Uhr sind wir dran. Seit 20 Uhr. Ja, Dexus, das ist richtig. Momentan können die das noch nicht. Äh, das soll in einem der nächsten Patches kommen. Ist eigentlich schon lange angedacht. Sollte eigentlich schon mal kommen, aber... Ist dann wieder verschoben worden. Ähm... Ähm... Entschuldigung. Und... Naja, wie gesagt, äh... Die, äh... Wir wollen wirklich von jedem Tier, von jeder Art zwei haben. Und deshalb holen wir uns die jetzt. Genau. Deswegen kommen sie jetzt zu uns. Der... Der Frosch ist getamt. Das Weibchen. Der steht jetzt schon hier. Ich hab ihn mal vor... Vor die... Vor die anderen Ketzals gepackt. Oh, oh. Habe ich mich jetzt erschrocken, ey. Du blöder Stego. Mann, ey. Alter Schwede. Das sind wieder zwei Jahre weniger. Soll ich mich erschrocken, ey. Die verdammte Axt. Change name. Aschen-Puddel. Häufig. Indo, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen bei den Akrobaten. Habt ihr Spaß im Stream. Willkommen. Boah, ey. So ein blöder Stego, ey. Ja, komm. Dann würde ich jetzt am liebsten eine über einen Rüffel ziehen. Ja, Aschen-Puddel ist drauf. Aschen-Puddel. Aschen-Puddel haben wir jetzt, oder wie? Ja. Es war zwar noch König Wilhelm für ein Männchen vorgeschlagen, aber das Männchen heißt ja schon Elfrosch oder Kaumau. Ja, das hoffen wir, dass du Spaß haben wirst, Indo. Das hoffen wir. Wird uns freuen, wenn du auch Spaß hast. Wie gesagt, für alle, die dies noch nicht wissen, Ausrufezeichen PVE, Ausrufezeichen PVP und ihr bekommt die Zugangsdaten zu beiden Servern, die wir online haben. Wir haben einen PVP-Server, einen PVE-Server online und ihr seid recht herzlich eingeladen mitzuspielen. Auf dem PVE-Server, von da aus streamen wir auch komplett. Da sind wir jetzt auch gerade drauf und wer Bock hat, einfach joinen, mitspielen, fun haben. Das ist halt eben unsere Devise. Wir haben seit letztem Stream, weil da sind halt eben viele mit angefangen, haben wir uns jetzt den Leitspruch genommen, we are community und so soll es auch bleiben. Wir sind eine Community, wir wollen Spaß mit euch haben. Monte rauf auf den Server, lass uns zocken. Como hast du denn... Frosch ist von hier oben drauf, ja, ja. Okay, cool. De Froschen. De Froschen ist drauf. Sehr schön. So, was brauchen wir noch? Brauchen wir noch Schönes. Sarkos. Ja, Sarkos. Sarko eher und Sarkos nicht. Müssen wir den Fluss gleich nochmal hier runterfliegen. Also den... Wie gesagt, ich würde hier lieber tamen wie im Sumpf direkt, weil im Sumpf ist echt heftig. Ja. Und hier haben wir es jetzt ja auch hinbekommen mit Fröschen. Ich hatte ja auch schon Sarkos gesehen. Aber der eine, der hat es halt eben nicht geschafft gegen einen, lieber. Pyranias. Ich mag keine Pyranias, ne? Sind doch harmless. Ja, stimmt. Wenn ich mit einer Longneck drauf losgegangen bin, danach sind wir harmless, das stimmt. Mega-Pyrania Level 68. Diese Mega-Pyranias. Ähm, soweit ich weiß, gibt es das Spiel für Xbox noch nicht, oder? Doch, für Xbox ist es draußen. Ist bloß für Playstation 4 noch nicht draußen. Aber einen Xbox-Server haben wir nicht. Nein. Ne, wir haben nur... Ich glaube, die Xbox-Server laufen dann, wenn auch nur, direkt nur über Microsoft. Gar nicht, ob man da selber Server aufsetzen kann. Das kann ich auch nicht sagen. Ähm, Indoor, das grundsätzliche Spielprinzip. Ich weiß nicht, sagt dir Minecraft was? Frag ich mal so. Was stand denn da komisches? Wo? Kill der Cole, Strich 1.1, äh, XL. Hm? Wo stand das? Stand oben drin, beim Kill. Okay. Ja, das ist immer, wenn du diese... Okay. Normalerweise. Indoor-Indo-Kent-Minecraft. Also, äh, Ark ist... Naja, äh, du kannst nicht ganz so kreativ bauen wie bei Minecraft. Ähm... Also, es geht auch hauptsächlich im Survival. Du musst Tiere töten, um was zu essen zu kriegen oder Beeren sammeln. Ähm, du musst dir selber was aufbauen. Kannst Dinos zähmen, die dir helfen. Wie du bei Minecraft auch Wölfe und sowas dir zähmen kannst zum Helfen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, da muss ich ein bisschen, ein bisschen widersprechen. Man kann nicht so, also was sagst du, nicht so, so, ähm... Ja, bei Minecraft gibt's halt viel mehr Materialien. Genau, aber ich finde, äh, cool, bauen kannst du hier auch. Das haben wir am Anfang, hatte ich auch gehört. Nee, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht, ähm... Aber es, ich find das mittlerweile richtig geil. Man kann wirklich... Wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, muss ich dir das so gehen fast. Also, das beste Beispiel ist Mia. Ich weiß nicht, ob sie gerade noch da ist. Äh, Mia baut Boote. Ja, da, da, da fällt mir nichts mehr zu ein. Das ist einfach genial, was, was die Frau macht. Das ist der Hammer. So, und dann kam sie dann an, wir sollen mal auf den PvP-Server kommen. Und, äh, die Base wäre fertig. Da hab ich nur gedacht, ja, was für eine Base ist denn da fertig? Das, ne, wenn die schon so toll Boote baut, dann, dann, äh, kann sie auch nicht noch so toll Basen bauen. Aber da kann sie. Die hat eine Base gebaut, da ist uns beiden nichts mehr eingefallen, Kummer, oder? Ja, wenn ich mir aber angucke mit, äh, in Minecraft mit, äh, äh, Lagersystemen über Minecarts und sowas, also, da ist schon durch Redstone-Schaltung einiges mehr möglich. Ja, natürlich, du kannst, äh, du kannst ein bisschen, ein bisschen, äh, innovativer die ganze Geschichte gestalten. Aber, aber ich find's hier einfach nur, nur fantastisch. Vor allen Dingen mit den Möglichkeiten, die du bislang hier hast. Ich denk mal, da kommen noch ein paar zu bis zum Release. Und, äh... Ja, vor allen Dingen, was, was hier sehr cool ist auch, weil relativ einfach ist das Modding. Ja. Also, Ark, Ark ist einfach, Ark, finde ich, mit Minecraft zu vergleichen, ist ein bisschen Äpfel mit Birnen. Es ist beides Survival, okay, das stimmt schon mal, aber... Es sind aber unterschiedliche Spiele, ja. Es geht halt auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise. Guckt euch doch nur mit, nur mit der Grafik an. Ja. Ist ein bisschen anders, ja. Okay, ciao, Schlappi, gute Nacht. Schlappi, bis dann. Gute Nacht, Schlappi. Also, es ist wirklich so, ähm, es gibt Sachen, die bei Minecraft definitiv besser sind. Aber, äh, wenn ich mir das anschaue, ähm, es gibt eine Ark-Mod auf Minecraft, ja? Oder für Minecraft gibt's eine Ark-Mod. Soll ich mir die anschaue, dann ist... Ich hab noch keine Minecraft-Mod für Ark gesehen. Nee, eine Minecraft-Mod für Ark, ich denke auch mal, das sollte auch keiner versuchen, weil das kriegst du nicht hin. Das kriegst du dann, glaub ich, nicht hin. Das ist, äh... Es, äh, gibt eine Mod, in der hast du, äh, verschiedene Materialien als Klötze, die du platzieren kannst. Okay. Ich hab zum Beispiel letztens, hab ich hier, äh, mal geguckt, es gibt Rising World. Rising World ist, glaub ich, äh, auch im Early Access noch. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel jetzt schon so lange da ist oder ob es mittlerweile schon fast wieder abgesetzt wurde. Auf jeden Fall hab ich's gesehen. Äh, das ist Minecraft mit anderer Grafik. Okay, ciao, geil. Gute Nacht. Ciao, ciao. Bitte. Mutter macht schon Alarm. Also das ist, äh, meines Erachtens ist das, äh, Minecraft mit geiler Grafik. Dieses Rising World, was ich gesehen habe. Weil, äh, da ist, äh, du kannst halt eben, ähm, das ganze Terror kannst du, kannst du umbauen, du kannst dir Höhlen bauen, du kannst den Boden reinhämmern, du kannst dir Stein aus dem Boden rausholen, du kannst dir auch die Werkbank bauen. Und das ist alles so ein bisschen, also, an Minecraft angelehnt, meine ich. Aber halt eben mit richtig geiler Grafik. Also das Terraforming ist auch sowas, das fehlt mir noch so ein bisschen hier in... Ja, Terraforming wäre ja, aber wenn sie das jetzt mal einbauen würden, dann würde das, glaub ich, alles zu mächtig werden. Glaub ich, definitiv. Na, weiß ich nicht, also, mit der andere Survival Games angucke, Life is Feudal, die haben ein sehr, 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 sehr geiles Terraforming-System. Okay. Ähm, du kannst wirklich, äh, glaub, so gesehen, in Anführungsstrichen, jeder Block-Boden hat, äh, 28 verschiedene Zustände, wie er sein kann. Okay. Äh, alle vier Ecken können, äh, unterschiedlich sein. Du kannst, äh, glaub ich, 8 hoch. In Minecraft ist natürlich alles ein bisschen einfacher, das stimmt. Was ist Terraforming? Ja. Eine Frage im Clip. Dass man den, dass man den, dass man den Boden bearbeiten kann. Das heißt, dass wir hier zum Beispiel, äh, uns ein Loch buddeln könnten. Das ist Terraforming. Oder, dass wir halt eben durch Aufschütten von irgendwelchen Materialien einen Hügel errichten könnten. Das nennt man Terraforming. Was haben wir für Dinos, Indo? Oh, ne ganze Menge. Ja. Also, wir sind gerade dabei, uns noch weitere zu zähmen. Äh, Losti steht da vorne, die Metrodorn. Okay, Waldfee. Das ist auch cool, das wusste ich noch nicht. Maxi, moin moin. Das ist aber auch cool. Seven Days to Die. Und man auch schöne Höhlenbuddeln. Sehr cool. Ähm, müssen wir es machen. Hier haben wir sogenannte Bilze-Bufflo, äh, sag ich mal Urzeitfrösche. Die halt einfach im Vergleich zu, äh, Fröschen, die man heutzutage kennt, unheimlich riesig sind. Zu Froschen. Zu Froschen. Zu Froschen. Aha. Wir reiten hier auf Quetzalcoatlus. Das sind wohl, soweit ich informiert bin, die größten Lebewesen, die jemals, äh, aus eigener Kraft geflogen sind. Ja, das finde ich schon cool. Aber einfacher zu fragen wäre, was haben wir denn nicht. Was haben wir denn nicht, genau, ja. Das wäre im Moment... Das stimmt, ja. Ich hab hier mal... Ich bin hier mal rumgeflogen. Bitte, Lika. Ich bin hier mal rumgeflogen. Ich hab hier keinen weiteren Sarco entdecken können. Äh, er hat jetzt gerade Ciao gesagt. Lika. Lika, ja, und vielen Dank nochmal für deine Spende. Ja, vielen, vielen Dank. Stimmt. Und dann bis zum nächsten Mal. Hoffen, dich wieder dabei zu haben. Ähm, im Selilia, was, was für ein Geschlecht hat der Giga? Weißt du das zufällig? Weil ein Männchen könnten wir noch gebrauchen. Wenn du da jetzt ein Männchen hast, dann werden wir gleich noch ein... Dann kriegst du also dafür definitiv schon mal Ketzerlei. Und dann werden wir gleich noch ein Giga-Tame. Wenn wir da jetzt ein Männchen finden, dann werden wir gleich definitiv noch ein Giga-Tame. Das ist schon mal... Äh, wann, wann, wann streamen wir wieder? Ähm, also morgen werden wir auf jeden Fall streamen, weil morgen soll ein Update da sein für ARK. Ja, heute Nacht irgendwann. Um 20 Uhr dann. Morgen sind wir ab 20 Uhr da, wenn ein Update von ARK kommen sollte. Sollte das Update nicht da sein, äh, verschieben ist glaube ich auf Freitag, oder? Was sehen wir dann? Müssen wir schauen. Wie man spendet. Spenden kannst du, indem du in die Informationen schaust. Und dort ist ein Link hinterlegt. Spenden für die Akrobaten. Funktioniert dann über Paypal. Und da kannst du dann was spenden, wenn du möchtest. Aber wie gesagt, das ist bei uns kein Muss. Wir freuen uns natürlich über alles, was wir bekommen. Wir freuen uns über jeden Follower. Äh, die Spenden gehen natürlich in erster Linie in den Stream, um den zu verbessern. Um halt eben für euch noch coolere Sachen zu liefern. Und halt eben auch demnächst, äh, noch eine, eine breitere Anzahl an, ähm, an Spielen zu bieten. Auch neue Spiele, die dann dabei sein sollen. Das heißt, wenn was Neues rauskommt, wollen wir es dann auch mal anzocken. Schauen wir mal. Äh, können wir unsere Base zeigen, äh, fragt Camter. Camter, also, ähm, können wir gleich gerne nochmal zeigen. Wir sind aktuell noch auf unserer Taming-Tour. Aber ich denke mal, wenn wir den Dimetrodon haben, dann bringen wir jetzt, glaube ich, mal... Die Tiere erstmal weg. Äh, Komo, wolltest du dich sonst, ähm... Dexus mag ich. ...zum Dimetrodon einmal hier begeben? Äh, da ist eigentlich alles soweit noch drin. Dann könntest du den Dimetrodon noch eben zu Ende machen. Ich, ich nehme mir nochmal tausend Narkotik raus, dann kannst du abhauen. Den brauchst du nicht, da sind noch über sieben Narkotik. Ich hab nochmal tausend zur Sicherheit da. Danke, Dexus. King of Kitten, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen bei den Akrobaten, hat viel Spaß im Stream. Jo, hey, ho. So. Also, ich fliege dann jetzt mal hin. Wann kommt das große Update, äh, fragt Joni hier. Also, das große Update, was, was meinst du mit das große Update? Nein, wahrscheinlich das große Arc Update, das nächste Arc Update vom Donnerstag, oder? Das nächste, das, das soll heute Nacht kommen. Bei uns sind morgen. Oder? Also, Lagerregal, das mit dem Song Request, ähm, schauen wir uns demnächst mal an. Wollen wir eventuell dann auch mal hier machen. Äh, müssen uns aber erst nochmal anschauen. Wird alles so funktioniert. Äh. Äh, machen wir aber bestimmt auch mal. Cool. Bei uns schreibt bei jedem Follower ein Rex. Der war mal lauter, das fand ich lustiger, weil da hat sich die gesamte, der gesamte Stream erschrocken. Ja, aber wir sind von einigen, äh, Usern halt eben gebeten, das ein wenig leiser zu machen. Und jetzt haben wir den Rex ein bisschen entschärft. Jetzt haben wir den ein bisschen entschärft. Weil wir wollen ja nicht, dass ihr einen Tinnitus bekommt. Der war doppelt so laut, der Rex. Wenn nicht sogar dreifach so laut. So, seid ihr schon wieder auf dem Rückweg? Äh, Lossi, ich hab hier ein Problem. Ich nur, weil ich die Base mal eben zeigen möchte. Warum? Was hast du für ein Problem? Warum? Der ist aufgewacht, obwohl er noch 200 Torpor hatte. Das kann er ja nicht. Der ist aufgewacht. Okay, legen wir ihn nochmal. Ja, Deadman, bist du da? Er liegt schon wieder, aber ich, ich hab ja nichts mehr zu futtern. Elf Kibbles sind da noch drin, oder? Nee, die sind ja weg. Die sind weg, wenn der aufwacht. Boah. Womit? Ja, dann lass man, ansonsten lass man halt. Ja, dann lass den weg, wir haben ja ein, das Weibchen. Nee, hast du das Zeug rausgebracht? Was, wir haben einen, haben wir. Ja, ein Weibchen. Nee, wir haben ein Weibchen, haben wir. Und das ist ja auch noch ein Weibchen. Ja, dann brauchen wir noch ein Männchen. Nee, das ist... Achso, stimmt, das ist ein Weibchen. Ja, das war das Weibchen, was wir nur nehmen wollten, weil es ein hohes Level hat. Ähm, richtig. Ja, Maxi, ist dann Ising wird erstmal weg. Oder haben wir noch, äh... Nee, wir haben noch... Die hat Losti und Losti ist weg. Äh, ansonsten besorgt sie... Das ist die unterwegs zur Base. Ansonsten... Dann streamen wir wieder, ja. Haben wir gerade gesagt, äh... Wir werden voraussichtlich morgen, 20 Uhr auch wieder streamen. Äh, weil heute Nacht ein Update kommen soll für Ark. Und, äh, dann werden wir morgen aber wahrscheinlich nicht auf Valhalla sein, sondern auf Island, weil, äh, ich denke mal, dass es einige Veränderungen auf der Karte geben soll. Auf der Island-Karte. Und die sind dann natürlich nicht hier in Valhalla. Äh, dementsprechend kann das sein, dass morgen ein Stream, das erste Mal für euch ein Stream mit uns, äh, von Island kommt. Wir hatten einmal Survival of the Fittest gespielt. So, da war die Resonanz aber nicht so groß. Am Anfang wollten alle und dann hat im Endeffekt dann doch, äh, kaum einer mitgespielt. Wir haben einen, äh, ein Survival of the Fittest-Server fertig. Das heißt, den könnte man jederzeit anstellen. Also, wenn die Resonanz irgendwann groß genug ist und viele, 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 viele Leute dabei sind, dann werden wir es definitiv nochmal spielen mit euch. Auf jeden Fall. So, äh, Komo? Ja? Ich halte den, äh, die Metrodon, ich halte den mal hier am Schlafen. Nee, den, das ist noch ein Weibchen. Komm, lass, lass gut sein. Dener Junge, moin moin. Servus, dener Junge. Pauli, sag mal, bist du eingeschlafen oder sowas? Nee, ich? Nee, man hört dich gar nicht mehr. Ich, ich hör euch zu. Er liegt schon wieder auf seinen Baum. Er liegt schon wieder auf seinen Baum. Ich fänge am Baum und suche deinen Sarko. Und der Shit, und der Shit liegt schon wieder zu brennen. Ähm, so. Bla, der, also der Giga ist, soweit ich das bisher mitbekommen hab, soll das der größte Dino, äh, bleiben in Ark. Es ist aber so, dass der Giganoto in echt gar nicht so groß war, wie er im Spiel dargestellt wird. In echt war der Allosaurus, der auch noch kommen soll, war definitiv größer und, und stärker als der Giga. Aber die Entwickler haben sich gedacht, den Giga, den wollen sie auch wegen des beeindruckenden Namens, äh, so einer Art Zwischenboss machen, dass er wirklich stark ist. Und deshalb, äh, ist der Giga hier so groß. Also größer als in echt, weil bei den meisten Dinos stimmt wirklich das Größenverhältnis, wie es so in echt gewesen sein soll. Aber beim Giga ist halt, der ist etwas verändert worden. Mega, wie würdest du den Usernamen jetzt aussprechen? Lege ich mich sonst gleich wieder aufs Glatteis. Tua Dao, würde ich sagen. Tua Dao? Tua Dao. Vielen vielen Dank für deinen Follow. Oder Tau Dao, das kann auch sein. Tua Dao. Willkommen bei den Akrobaten. Hab viel Spaß im Stream. Äh, wir suchen noch ein Männchen im Zerelia. So einige Usernamen sind manchmal echt schwierig auszusprechen, ne? So, aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns über jeden User, der da ist. Sonst sind alle Fragen beantwortet. Glaub ich, wenn noch Fragen unbeantwortet sind, bitte nochmal schreiben. So, ich zeige jetzt gleich mal die Wens. Haben wir auch nicht, äh, schaffen wir es nicht immer alles zu lesen. Also, wir brauchen noch einen männlichen Giga. Wir haben drei Weibchen. Wir haben zwei Männchen bisher versenkt. Erfolgreich. Erfolgreich versenkt, genau. Also, wenn jemand einen männlichen Giga hat, oder tauschen möchte. Ja komm, Lagerregal. Jetzt, jetzt hau mal raus. Das, äh, wenn du willst, wenn du nicht willst, dann ist natürlich nicht, aber. Wenn du da schon so, dann will ich das eigentlich wissen. Hehehe, jetzt kommt's gleich, jetzt kommt's gleich. Ich sag das nicht. So, also, ich zeige jetzt mal unsere Base. So ein wenig. Wir haben das Haupthaus. Mit unseren beiden... Oh, guten Nacht, geil auf einen Arsch. Geil auf einen Arsch, bis denn. Ciao, ciao. Dann haben wir hier halt eben eine Taming- und eine Paarungsbox. Die wir hier eingerichtet haben. So. Wir können halt eben... Konnten wir Tiere reinschmeißen, wo wir noch was greifen konnten. Irgendwie ist das weggepatcht. Wir konnten die dann von außen betäuben und dann halt eben zähmen. Oder du kannst dann eben auch die Tiere reinpacken, um die dort zu paaren. Skill-Head. Skill-Head, aber eben ein Lied geschrieben. Okay. So, dann haben wir hier unsere Aufzuchtstation. Wo wir Eier ausbrüten. Ja, da ist er, Frosch. Ich finde das so geil. Das kommt mir fast vor, als wenn mir keiner zuhört. Kommo ständig. Die Map heißt Valhalla. Valhalla, genau. So, ich erkläre mal weiter. Dann haben wir hier das Haupthaus. Was machen die Frösche denn hier drinnen? Ich bringe die... Die sind auf Durchreise hier. Also, die sind auf der Durchreise. Das Haupthaus halt eben hier mit ein paar Gerätschaften. Der Frosch, der geht aber nach oben. Hallo? Was soll denn da oben? Die Frösche haben da ihre eigene Meinung, wo sie hinwollen. Was gehst du denn an deinen Schrank? Hallo? Wo bist du? Ey! Frosch! Komm mal mit hier! Du bist nicht in der Lage, einen Frosch zu finden? Komm mit! Das ist doch kein Giga. Äh, du sollst nicht in mich reinspringen. Du sollst einfach mir nur folgen. Willst du ihn jetzt in den Schrank sperren? Oder wo willst du? Ich glaube, das ist Ostis Plan. Oh nein, nicht in die Küche. Komm her, nicht zu den Kühlschränken. Sonst, ich hab keinen Bock auf Froschenkele. Die Frösche sind etwas... Die sind... Eigen. Ey, ne, hierher. Nun, komm. Meinplakes, moin moin. Heyho. Okay, Dexos. Gute Besserung. Ciao, Dexos. Tschö. Jo, tschö. Ey, nun komm hier, Froschen. Ey, du bist auch ne hässliche Kröte, ne? Dafür gehirn ich auch Sattel? Ja, dafür geh ich Sattel. Hmm. Ey, komm, noch ein Stückchen weiter. Na, jetzt muss ich dich abpfeifen und dir eine auf den Arsch schauen, dass du da drauf kommst, ne? Ein Stückchen? Ja, sehr schön. Hat gepasst. Ja komm, jetzt geht der Frosch in den Stall, das ist mir jetzt egal, komm, ciao Waldfee, da stehst du doch gut, wie auch immer du da hingekommen bist, El Froscho, El Froscho da kommen, er haut sich weg, er hat nicht geschrieben, dass er geht, achso, er haut sich weg, er fand nur die Frosch Aktion 50, Marcelo Melone, Willkommens, Können wir so einen kleinen Dinopark bauen? Ein Dinopark? Ich baue den Dinopark nur? Auf lange Sicht wollen wir sowas auf jeden Fall mal machen, aber dann in Kooperation mit den Usern doch eigentlich, mit der Community. Also ich baue den nur, wenn wir dann auch die Jurassic-Arc-Mod draufpacken, wo wir dann auch das schöne Jurassic-Park-Tor setzen können. Ja, das müssen wir aber auch eigentlich mal machen. Also die muss dann drauf, definitiv. Und Bla sagt gerade, ich soll den Frosch küssen, dann wird er schön, mal schauen. Meinst du, der er verzaubert, das Ding? So, also wie gesagt... Ja, dann wird er schön. Ja, dann wird er schön. Ja, dann wird er schön. Ja, wenn du wüsstest, Deadman. Ähm... Mein Plates, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen bei den Akrobaten. Habt viel Spaß im Spiel. So, ich muss jetzt einmal hier... Ich fliege jetzt mal außen um die Base und nehme ich Mini-Como mit und nehme ich Phönix mit. Ich nehme auch Phönix mit. So. Ähm... Ich fliege jetzt mal so ein bisschen um die Base rum. Umme Base? Umme Base. Umme. Kennst du ja Umme, ne? So, jetzt weiß ich wieder, was ich noch machen wollte. So. Also, wir haben hier unsere beiden Ställe, wo links und rechts, von links und rechts wegen Tiere drin sind. Dann haben wir unseren Aufzug. Da bin ich ja gerade runtergekommen. Unser Haupthaus. Dann haben wir hier eine kleine Ketzal-Lande- und Startbahn, weil wir haben mittlerweile ziemlich viele Ketzals. Ganz klein. Minimal. Und dann haben wir aber auch einige gezüchtet. Und deswegen haben wir so einen kleinen Ketzal-Tourpark hier. Ach genau, in Sibiria. Wie gesagt, die Gebäude hatte ich gerade schon vorgestellt. Dann haben wir vorne so ein kleines Dunk-Haus, wo die ganze Hacke gesammelt wird. Von unseren Schweinen. Von unseren dreien. Äh, dann haben wir es jetzt geschafft, unsere Gigas auf der Insel zu kriegen. Und da denkt ihr euch bestimmt, Mann, wie haben die das denn angestellt? Wie haben die das denn gemacht, die Gigas auf der Insel zu kriegen? Weil, schwimmen ist nicht so gut mit den Dingern. Die haben eigentlich vom Stamina-Wert her saufen die mal schnell ab. Und, ähm, aufs Raft kriegst du die nicht. Geschweige denn auf dem Ketzal. Aber nein, unser Fauli ist nämlich gar nicht so faul hier. Ähm, der hat hier eine Brücke gebaut. Einfach mal eine Brücke rüber gebaut. Nochmal vielen Dank dafür, Fauli. Das war echt geniale Arbeit. Gern geschehen. Ne? Hat aber auch gut eine Woche gedauert. Ja, der hat einfach pauschal mal eine Brücke rüber gesetzt. Und natürlich, hopp. Warum? Dann kommen die über eine Brücke. Und da sind sie rübergekommen. Ja, da sind sie rübergekommen. Unsere drei Giganotos. Ne? Also ist schon, ist schon, ist schon echt cremig. Hier stehen auch noch zwei, die gehören uns aber nicht. Genau. Genau, bla. Ich bin der Produktivste. Das halte ich jetzt für'n Gerüst. Äh, für'n Gerüst. Für'n Gerüst? Für'n Gerüst? Für was für'n Gerüst? Für'n, für'n sehr, sehr komisches Gerüst. Pauli ist der Produktivste. Klar. Wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. Jetzt zur Hälfte des Streams. Wie produktiv er wirklich ist. Jetzt zur Hälfte des Streams müssen wir ja jedes Mal wecken. Der schläft immer auf seinem Baum wieder ein. Hä? Hä? Was ist los? Äh, spiel dich noch auf oder was? Hä? 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 Oh, ich wurde gehoben. Hä? Pauli. Heute ist doch. Heute ist doch Freitag, oder? Und Spinoei. Spinoeck. 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 Oh, ich darf schon bald wieder Weihnachten. Ja. Du hast schon wieder den ganzen Sommer verpennt, wa? Ich, ich, ich will noch nicht 2014 haben. Hä? 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 We 각ly er? stehen nicht wahr also ich glaube auch irgendwann mal ein update gebracht und dann waren die strukturen so kuriosen kam auch sehr sehr spät wieder ein oder man konnte sie erst sehr sehr spät sehen okay wofür braucht man eigentlich hier die loke willst du wissen ein kilo die die kurus und pachys die guten pachy ist doch ein pachy brauchen wir noch einen aus mail oder female den wir noch brauchen müsstest du nachgucken haben wir eigentlich die wölfe haben wir haben auch sie bezahlt hier ja zwei ein menschen und ein weibchen ist das kapiert nicht zu glauben und legen die auf eier werden schwanger ja ja so ungefähr genau genau elinja gut dass du mich erinnerst ich fliege jetzt hier zur wüsteninsel und werde noch mal schauen ob ich dort jetzt ein und ich fliege noch mal ich muss vor meine sniper mal eben reparieren wo war jetzt die wüsteninsel welche koordinaten ganz unten rechts schau lagerregal lagerregal ganz unten rechts vielen vielen dank du bist auch sympathisch schauen uns demnächst noch mal ein stream von dir an auf jeden fall ich wollte noch mal los holsten hin richtung sumpf so in der nähe war doch auch in serenia oder nicht ja haben wir noch polymär haben wir ihnen mehr müssen wir noch haben polymär hatte ich lagerregal stream nicht mal ach so du streamst nicht mal ich dachte du streamst hätte ich vom an den des turbo zeichens auch gedacht okay okay gut dann hoffen wir dich das nächste mal wieder zu sehen hätten wir auch gehofft natürlich wenn du streamst das ist ganz klar polymär wo haben wir denn noch polymär oben im lager oder na ja polymär ist im lager oben okay hast du mal alles weggeräumt zementipaste kristall nee polymär ist im fabricator meine auch im mega fabricator obsidian obsidian ist aber noch oben im lager ja okay das ist natürlich stimmt dann mit turbo muss man ja keine keine werbung sehen richtig bestimmt wo haben wir denn jetzt in sirelia bist du noch da danke endo obsidian obsidian das gefällt uns in so auf jeden fall richtig richtig cool von dir so dann mach ich mal was ich mache ich suche einen giga ein männlichen wir brauchen immer noch einen männlichen krieger die hoffnung schon aufgegeben dass ich gern denn hätte ich gern heute noch gelegt auf die werbung kann man wirklich teilweise verzichten das stimmt das stimmt so okay dann mache ich jetzt mal ein bisschen polymär dieser ein liger und ein rex haben im sirelia der liegt also sind sind zerlegt worden von euch oder seid ihr zerlegt worden wie ihr so wie ich das verstanden habe ist im sirelia zerlegt worden okay und zwar nicht ohne dann werden wir den jetzt mal zeigen an seiner base in der nähe deiner base ziralia in so dass man kann ja durch so ein fernrohr gucken und dann sieht man das geschlecht hilft das auch bei dead man da steht da steht im namen okay weiblich ich habe das mal ganz gekund ich habe stand bild warum habe ich stand bild ich nicht ein mail ich bin nur von ketzal runtergesprungen und ich habe stand bild hallo doch ist so nicht tun danke ziralia ich kann ich schon mal da ist wieder gut sehr schön sarkoos sarkoos so jetzt schaue ich mal ob ich jetzt meine sniper wieder reparieren kann müsste doch jetzt eigentlich klappen cement die paste fehlt jetzt aber willst du mich verarschen hier oder was wieso brauchst du denn hier nicht weiter müsstest du eigentlich noch polymär weiter basteln ich hab dir doch einen auftrag gegeben mehr zu werden ich konnte doch gerade irgendwas um die 100 so okay sind auch gemacht worden der ist so schnell ja da muss ich mich erst ein wenig dran gewöhnen da muss ich mich erst ein wenig dran gewöhnen es ist nicht so einfach sarkoos jetzt leckt es aber schlägt leckt das denn so jetzt ist besser jetzt ist besser besser jetzt ist besser wo ist blinken ich bin gleich in den homburg um sie so repair sehr thank you very much nochmal repair so turn dann mal auf das ding und dann fliegen wir jetzt mal in die wüsten region ich bin im sumpf im sumpf bin gerade in australien ich fliege gerade richtung der koordinaten wo in zerelia gestorben ist weil er da angeblich sich ein giga ein giga wer ist bei euch die hausfrau das ist lustig weil er verbringt ja so viel zeit aber auch vor speziell vor dem stream deswegen aus die fast 1200 stunden also würde ich dazu tendiert zu sagen dass die ist die hausfrau so was meint ihr was meint ihr warum nicht immer alles so schön sauber bei uns in der basis das erklärt es eigentlich ja wo war denn jetzt da hinten war die wüsteninsel genau also ich mache mich auf dem weg zur wüsteninsel möchte ich nur mal gesagt haben ja mail giga bei im zerelia 40 44 40 44 wie kommst du da hin ja ok dann müssen wir jetzt umschwenken erstmal 40 was waren die koordinaten 40 44 ok ich komme da hin 40 44 so 40 44 ein männlicher giga so deine belohnung habe ich auch schon dabei so ein befruchtetes ketzerlei 40 44 ich bin fast da das ist die ecke am see ähm wo wir die anderen gigas schon gefunden haben mhm die richtung quasi unserer außenbase da ist doch so ein see ok ja 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 wo wir auch die anderen gigas gefunden haben da wo wir den letzten giga holt haben kann sein ja flieg jetzt einmal durchs bino gebiet finde ich mal für kleine akkobaten jo jo ähm im zerelia das ist ganz einfach deinen stuff zu finden äh du musst dir einen stein holen und dann kannst du äh da was erlernen und dann findest du deine deine leiche super schnell wieder weil da auch so ein strahl angezeigt wird so 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 so